SPAGE SPAGE F Fill SPAGE SpAGE Sorry Was geht abon jetzt jetzt hier kommt was Screen La Music ! ... Dass der Subfreunds dann ihre Gelegenheit ist, die Goliaths fertig zu machen. Du musst dich erst um die Orla schwimmen, bevor du die Goliaths ausquetschen kannst. Ich bin ein bisschen zu verletzen. Komm, wir sind ein bisschen weg, Mann! Der hat wohl, ey. Ich hab' den mal runter angegriffen, ne? Dumm Sack! So, Alter, so, und dann haben wir einen Hider-Dur-Dur-Dur-Dur-Dur-Dur. Fast gefällt mir, kommt dann noch so fort. Ich bin gar nicht so gut. Neckromunda, Hei hat Gart. Oh, Alter, ich bin gar nicht so gut. Oh! Wow, wo schießt ihr denn hin? Ähm, ja. Wo sind wir? Ist die ganze Zeit rumzuschießen? Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Mal komplett immer drauf fallen. Scheißegal! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Ich hab's hier gesagt so! Bin ich denn hier, verdammte Aki? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist denn da vorne? Du musst höher auf ich und und das das und das und das und das und das das und das Du musst höher auf für bessere Sicht. Ich sehe da oben an den Spuren signalfeuern. Sie nach wohin sie führt. Ich sehe da oben an den Spuren. Ich sehe da oben an den Spuren, Sie sehen uns doch das. Dass du mit dem Spuren f brillst. jetzt haben wir nur stumpfe leute über den haufen schießen aber das ist da wollte ich nicht da wollte ich nicht von hinten Kunde, nach oben. Was zum Hänker schießen die denn? Ja, wow, was sieht denn das? Ja, äh. Ja, äh. Vorsicht. Da sind eine Menge schwerer Waffen, die den Weg zum Generator rumverteidigen. Jag sie irgendwie hoch und bahne dir deinen Weg. Sonst hast du keine Chance. Sieht aus, als wollten die Orlocks die Wand mit einem Armboard durchbrechen. Dann haben sie den schwierigen Teil schon erledigt. Kannst du die Sache beenden? Nein, mit dem Orlock-Embot haben wir fest. Wieder einmal. Brauch. Ja, da war ich seitdem. Bauch. Woher hat mich geführt? Woll, wie! Aber müssen wir jetzt entspannen? Oh ja, desire hast du vorbeeren. Da drüben ist, hast du den Zuppen gebracht. Oh, schiebend. Oh, in die Wand. What the fuck is... Was? Bist du denn so ein Heide, Alter? Der schießt aber mich. Ich häng hier schon wieder irgendwo fest. Oh, nicht darunter. Oh, der Controller ist nicht du nach, der Alte. Meine Fresse. Check, wie wir sie machen. Fuck! Oh, der Sohn ist echt großartig. Komm ich denn da runter, verdammte Axt, Mann! So, sag. Oh, ist das ein Bisschen. Ich kann mich denn durch die Wand treffen. Lutscheid. Küche! Oh, der blaue... Dodge Schammer. Was auch immer ein Dodge Schammer ist. Schammer ist doch. So, ich würde hier einfach reinlaufen können. Okay. N-Bot wird hier nach da. Ach, da! Juuu, tschuuu, tschuuu. Ich schieße denn auf mich. Ich schieße denn auf mich? Fische. Ähhh... Vielleicht noch mal lieber. Na. Mal drüben oder? Nein... So... Eh. Oh mein, der war zwei, ich kacke, ey. Ich kann das immer mal angedehren, wenn man noch einen Fang braucht. Naja, 18 ist echt ganz gut. 21%? Okay. Ja, gut, ein bisschen besser, ne? Ideal, die Karre von Controllern muss ich nicht machen. Oh, Generatoren. Gibt's denn nicht irgendwie noch ein paar Sachen hier? Ja, berück dich. Ja, berück dich. Was geht nochmal noch? Die Akatenwerfer sind scheiße. Boah, was ist das denn hier? Das ist immer nur ein großer Granator. Wow. Oh Gott, oh! oh Ah, eine Kiste! Ah, eine Kiste! Ah! Ah! Vielleicht die noch nicht in die Hand wollte! Warte mal, ich muss ja hier noch! Was ist mit dir los? Bist du da gegengelaufen oder? Trottel! Roll Nummer 3! So, hier ist einer! Schrei doch nicht mal so rum, Mann! Ich komm doch! So! Schrei doch nicht! Ich hasse es für Guleien zu arbeiten! Grund, Grund und Gewalt tätig! Wasser vorwarten! Schrei doch nicht! Oh, das Ding! Wer kommt denn jetzt? Klar! Oh! KINDO! 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 BELL! Loser Backehund, losmeste. Wow. Ich bin am Marsch. Ich hab nur 18. 900, ich geh kaputt, ey. Ja, genau, jetzt kann man so 20 Leute denken. Ja, ich bin der Wartner raus. Ich hab nix mehr. Ich hab gar nix mehr. Wow. Wir müssen leben hier. Oh, leben. Das ist doch noch ein bisschen. Das ist doch noch ein bisschen. Oh, die alte lebt immer noch. Das ist doch noch ein bisschen. Wo ist die Trula denn? Geh weg Hier eigentlich meine Herren Das ist übler als ich dachte Okay Ich glaube ich habe einen Ausweg gefunden Schalt die beschädigten Generatoren wieder ein Wie denn? Töte das Monster Warum soll ich das Monster jetzt töten? Wo ist das für den? Ganz schön groß, wa? Ich bin jetzt anbeten Scheißegal, dann kann man hoffen schießen Boah, Sau Boah, Sau Ahaa Boom schön wieder etwas leben kaputt kaputt was kann nie aber aber gut Guck, ich zeige mich mal. Schaut das nicht wieder an. ich bin über das leben abgezogen man hallo ich glaube du bist hier warum war der so stark Oh. Hey! Hey! Wollt ihr Riesen-Stim-Spiel kaufen, es dem Vorloch-Abschaum mal so richtig zeigen? Da ist einer von denen! Kommt! Er gehört euch! Letzte Chance! Rede! Ach ja? Willst du ihn etwa ganz alleine schützen? Nein! Auf Wiedersehen! Huuu! 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 Wir sind... wuup aber was ist nicht nur gegen den map schießen schießt sie doch nicht kann man natürlich auch komplett nützlich verflogen so wieder 50 Euro geschossen im Endeffekt bringt das eh nichts so sehr gut und ein so so Mission erfüllt, schön, zack, zapp, 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 und ich habe schöne neue Waffen gekriegt, was auch immer das ist. Iron Fist, yo boin, da kann die Eiste halt mal weg hier. Komm, piss dich, ich braue nicht. Pistolen, Eschhorst Kiss, ah komm, ich habe mal gebaut. Mitnimm, alles, mitnimm. Dodge Schemmer, Dodge Schemmer. Ja, das ist halt ein Schachschussengewehr, ne? Schrotflinte, ne Schrotflinte. Guck mal, die hat sogar Genauigkeit gleich supergeil, war? Stabilität durchdringen, Reichweite, Handhabung. Schaden 60, Schaden 71, hm. Schafschütze, das Ding kommt natürlich auf die Post-Safe mit, ey. Schwer, klar kommt das Ding mit. Wow, ich kann ja die neue Rüstung. Ja, mitnimm, aber nicht, auch gut. 12 LP. 7 Beutebonus, aber egal, das Ding ist blau. 3 Rüstung. 2 Rüstung. Habe ich bei dem anderen noch. 4% kritischer Treffer. Guck. Ja gut, ja, andere Quatsch. Oh, wow, 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 wow. 3% Treffer Chance. Nö, lass mal. Technologie. Oh, Geilo. Oder wie man das kann. Pack mit dir. Lös 3. Anhänger. Pack mit dir. 3% Chance. Ja, natürlich. Schöne mit. So, ja, der Rest kann alle weg hier. Pistole haben wir. Dodge Femmer. Ja, die habe ich doch schon, ne? Ja. Wobei die, ich weiß nicht, so eine Kampfschrift hinter. Mit Visier. Ach gut, kann ich ja eh verbessern. Ja, komm. Ciao. Zack. Wahrscheinlich wieder Stufe C oder sowas. Ich habe nur A zum Wartungskosten. Das stimmt. Einen Stimme habe ich nur verpasst. Tötungsstil. Ja. Tötungsstil würde ich gerne verbessern, aber mein scheiß Controller klappt das noch nicht. Deswegen muss ich erwarten, bis man ein neues Headset hier ist. Und dann kann ich wieder meinen Pro Controller nutzen. Diesmal bin ich in Klasse B. Und imperiale Steuer. Das kotzt mich irgendwo hart an. So ein Witz. So ein Witz. Das ist richtig Witz. Oh, gab ein Trophäe. Das ist richtig. 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 Ich will nicht, dass es den Exemplaren zu nahe kommt. Du musst dir meine Bionics anziehen. Klappe, Mann. Super. Wann haben wir denn an Geld? 17.000. 1.500. Okay. Mal gucken, was hier günstiger ist. Dann lockst du cul 5. Wir brauchen das jetzt. 1.500 pounden. Das ist ja das ist, erinnert. 2.500. 2.500. 2.500. Bionische Beine erst. Ich bin sehr beschäftigt. Es geht um ein Mastiff. Mastiff. Bionischer Körper. 900. Eterne Implantate. Ja. 700. Ja. Bionischer Körper. Bionische Pfoten. Warum nicht wie noch der kommt? Nöööö. Jetzt hat er, man, schöner Mastiff jetzt hat er. Bionischer Körper. Bionischer Körper. Ich will den Kopf gar nicht Bionitisieren. Mein Hammerhund ey, da wird ja immer gegräßt ich auch. Wow! Ich frage mich langsam. Also vorher sah der besser aus, muss ich sagen. Mein armer Hund. Mein armer Hund. Tja. Das hat jetzt immer so. Ja, ich hab den Kuppelläufer gehört. Den, der scheinbar immer alles weiß. Er behauptet, sie haben meine eine Kuppel voller Archäothek gefunden. Aber ich weiß nicht. Ja, dann machen wir uns im nächsten Video eine nächste Mission. Kann ich gar nicht. Was muss ich denn machen? Ach, mit dem Typen muss ich erst labern. Ja. Was in Helmors Namen hat sie sich dabei gedacht? Ist doch blöd. Mal Keeperin. Ja, mit dem alle mal quatschen hier. Gucken, was der ich mal so rauskriegen kann. Ja. Aber ich bräuchte mal, wo nicht so'n... Ja. Wenn ihr Bock drauf habt, dann seid gerne beim nächsten Mal dabei. Werde ich ganz gerne mich sehr drauf freuen. Und dann würde ich sagen... Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss. Bis dahin. Bis dahin.